Er nimmt auf. Wir sind jetzt am Knotwicheck. Wir sind hier am Knotwicheck und hier ist eigentlich der Herzschlag, der Rock Herzschlag. Bad war hier, wie gesagt, Zeltinger und wie sie alle heißen. Leider geradezu, aber hast du denn auch schon mal hier gespielt? Gespielt, aufgetreten bin ich hier nicht, nein. Das war praktisch nicht mein Umkreis. War nicht so dein Publikum? Wir haben eigentlich eher experimentelle Popmusik gemacht. Auch in den 80ern oder wann? Auch in den 80ern, ja. Hier fährt der 132. Der mich gerade fast platt gefahren hätte. Das ist die Südstadt, da quatscht der Busfahrer noch mit den Leuten. Alles klar, Jungen, fahr vor, ich lass dich durch. Alles gut, ja. Alles klar, wunderbar. Wir können durch. Dankeschön, Dankeschön. Also, Lewe und Lewe Losse. Wo gehen wir hin zum Elsa, ja. Da war früher das was? Man nannte es früher die Operer. Ja, okay. Die Operer. Hier verkehrten Heinrich Böll und sein Sohn. Und hier fanden einige Trinkgelage statt. Kann man sich heute nur noch schwer vorstellen. Ja, es hat sich ausgeoperatet. Aber hier, Bockmeier läuft hier noch, ne? Bockmeier ist ja tot, aber trotzdem gibt es hier noch die Weiber mit den Titten und die Zunden haben einen Rimmel. Wie sagt man das auf Kölsch? Wie würdest du sagen? Weiß ich nicht. Na, hier haben wir den jetzt Rätts. Ja, aber hier vielleicht auch, ne? Ja. So, alles klar. Wir sollten hier mal einen Schnitt machen. Hier machen wir dann wieder einen Schnitt.